Ja, jetzt befinden wir uns in Vilsmoos bzw. Neuberg. Das ist im Salzburger Land und wir haben hier einen wunderschönen Blick auf die Bischofsmütze, mein absoluter Lieblingsberg. Und Vilsmoos ist der Ort, in dem fahren wir eigentlich einmal im Jahr. Also es ist so wunderschön. Wir haben da einen tollen Bauernhof gefunden, wo wir diesen fantastischen Ausblick haben von einer der Wohnungen. Und wir haben unterschiedliche Wanderungen gemacht. Die packe ich natürlich wieder in meine Bio. Aber ihr seht, allein der Berg hat es schon als Tattoo auf meinen Fuß geschafft. Also er hat wirklich eine magische Anziehungskraft. Und Vilsmoos ist auch, ja auch die Bischofsmütze an sich wird als Kraftplatz bezeichnet. Also fahrt mal hin, schaut es euch an. Tanja, 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 Tanja. Amen.